So komm ich über die Wolkendecke oder kommt zuerst der Job? Zuerst kommt der Job. So Huki, deine Chance. Er tritt bei und er wird rausgeschmissen. Nein, er tritt bei. Wunderbar. So. Und er wird rausgeschmissen. Ich lade dich noch mal ein. Der will dich definitiv nicht. Ich hab dich noch mal eingeladen. Und er schmeisst dich raus. Ja, es liegt vielleicht an deinem KD. Sehr hoher KD-Wert. Unrealistisch hoch. Bei 1,45. Vielleicht ist es das. Keine Ahnung. Weil er hat niemanden sonst. Jetzt startet er. Er hat ja niemanden sonst. Wenn dein Freund dazu haben, wie das dann versteht ist. Ja, jetzt hat's geklappt. Jetzt startet er. UNTERTITELUNG 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 Und los geht die lustige Fahrt. Alarm. 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 Wir sind ja unsere Kollegen, die sind ja weit, 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 weit zurück. Und gleich geht's los mit Bum Bum. Viel 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 Bum. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020